Die Partnerschaft mit der Software AG geht weiter. Der Vertrag wurde vorzeitig verlängert bis Juni 2028. Bei mir der Präsident Rüdiger Fritsch und der Chief Operating Officer Dr. Benno Quade. Vielleicht an dich als erstes mal gerichtet, Rüdiger. Wie glücklich bist du, dass die Partnerschaft vorzeitig ausgedehnt wurde? Also ich sage mal, eine Partnerschaft, die seit 2008 besteht und jetzt nochmal bis 2028, also nochmal fünf Jahre, verlängert wird. Das ist, glaube ich, der Wahnsinn und wir müssen, glaube ich, gar nicht, weiß ich nicht, über Glück oder nicht Glück, sondern wir sind top zufrieden und freuen uns, dass das, was wir die letzten 15 Jahre schon hinter uns haben, weiter positiv gelebt wird. Der Rahmen wird sich ja ein Stück weit verändern in Zukunft. Also spätestens zur Saison 2024, 2025 wird die Software AG nicht mehr, also vielleicht sogar schon früher ab Sommer, aber spätestens ab 2024, 2025 wird die Software AG nicht mehr als Hauptsponsor fungieren, sondern als Premium-Partner dann. Ergo auch nicht mehr die Brust der Lilientrikots zieren. Das dürfte zunächst ein etwas ungewohnter Anblick werden, oder? Das stimmt. Also für die, die es schon ein bisschen länger mit den Lilien halten, ich sage mal, ich habe gerade schon erwähnt, 15 Jahre, es gibt Menschen, Kinder, Jugendliche, die kennen das Darmstadt-Trikot nur mit der Aufschrift Software AG. Also von der Seite her sieht man aber auch, also erstmal wird es eine Veränderung sein und man wird sich ein bisschen umgewöhnen müssen, aber ich glaube, daran sieht man auch, wie das Ganze sich eingeprägt hat und wie das gelebt wurde. Aber das Leben ist dynamisch und es wird immer mal Veränderungen geben und wir sehen das ja völlig positiv, ich habe es eben schon gesagt, wir freuen uns auf eine weitere Partnerschaft auf der Premium-Sponsorebene, was auch absolut klasse ist und für uns als Linien total wichtig ist. Aber wir werden dann wahrscheinlich demnächst mit einem neuen Schriftzug auflaufen, das wird dann schon für den einen oder anderen Wissen ungewöhnlich sein. Aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, wir werden uns auch daran gewöhnen. Ja, Benno Quade, Rüdiger hat es gerade schon erwähnt, seit 2008 ist die Software AG hier im Verein engagiert. Was macht für das Unternehmen die Zusammenarbeit und das Engagement bei den Lilien aus? Also zum einen, wir wollen verlässlicher Partner sein und uns ist ganz wichtig, dass die Entwicklung hier weitergeht. Was sich hier in den letzten Jahren getan hat, ist wunderbar und da wollen wir weiter mitwirken. Was waren denn die Gründe, sich als Hauptsponsor zurückzuziehen und stattdessen die Partnerschaft auf der Premium-Partner-Ebene fortzuführen? Da gibt es drei Gründe für mich und für uns. Zum einen, wir haben aktuell ein Kostensparprogramm und da müssen wir natürlich auch unsere Sponsoring-Aktivitäten neu ordnen. Zum zweiten, es ist ganz wichtig für uns ein verlässlicher Partner zu sein. Das waren wir 15 Jahre und werden auch weiterhin bleiben. Auf jeden Fall die nächsten fünf. Und uns war wichtig, dass wir es zum richtigen Zeitpunkt machen. Zeitpunkt der Stärke, sportliche Stärke, wirtschaftliche Stärke, um dann auch wirklich ein Upgrade zu ermöglichen. Denn uns geht es nicht darum, uns nur zu reduzieren, sondern darum, den Lilien die bestmögliche Aufstellung nach vorne zu ermöglichen, vor allem auch, wenn es in die nächste Liga ginge. Und abschließend, vielleicht an beide sogar, 2028 geht der neue Vertrag. Auf was können sich denn die Fans und die Sympathisanten in Zukunft einstellen? Also was sind denn noch gemeinsame Projekte, Herausforderungen, die angegangen werden sollen? Also da würde ich kurz reingehen. Einmal die Fan-Experience. Wir wollen wirklich als digitaler Partner, als digitaler Partner auch die Fan-Experience digitalisieren. Das beginnt beim Kauf der Dauerkarten und soll darüber hinausgehen. Also wirklich, wir wollen uns jetzt auf digitale Projekte zusammen mit den Lilien fokussieren. Ich verstehe das so, dass wir glaube ich als Hauptprojekt im Moment oder als das, was immer mit Priorität hat, dass wir demnächst die Fans mit der Lilien-App ins Stadion gehen können, ihre Dauerkarte, Tageskarte runterladen können und damit durch den Einlass kommen, was wir auch in anderen Lebensbereichen ja kennen und was natürlich auch dann auf das Thema Nachhaltigkeit auch einzahlt. Das heißt, es braucht kein Ticket mehr in Papierform. Das finde ich auch ein ganz wichtiges Thema und das ist glaube ich das, was wir im Moment vor der Brust haben und dann werden uns noch ein paar andere einfallen. Spannende Projekte, vielen Dank für den Einblick, auch vielen Dank für die Erläuterung. Danke, dass ihr heute hier wart und wir freuen uns auf weitere Jahre zusammen mit der Software AG. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.